Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, bitte, immer vorbei. Oh, man sieht das nicht gut aus. Ich hab schon mal das weiße Wasser raus. Ich hab schon mal das weiße Wasser raus. Und nicht vergessen, immer schön an der Leine festhalten. Sonst ist das Boot weg. Okay, gut, am Heck. Was ist das? Ja, ihr beiden, gehört ja gar nicht zu. So. Mann, Mann, Mann. Das sind die Basics. So sollte jeder jetzt quasi auch. So, jetzt. Es gibt zwei verschiedene Arten, wieder ins Boot zu kommen. Entweder die Dina hangelt sich hier an den Boot, zwischen die beiden Boote, legt den Po hoch, mit einem Bein hier rüber, mit dem anderen Bein da rüber, und hangelt sich dann zum Boot und dann sich dann wieder rein schwitzen. Okay. Oder sie geht an ihr Boot, hangelt sich an der Seite an, wirft sich dann einmal hier rüber, und den Sand nicht zu hoch auf. Ich mach's jetzt einfach aus. Wobei bei Wellengang... Bessere besser geht. Ja. Bei Wellengang ist zwischendrin etwas schlecht. Sprich, das ist die Variante für ruhiges Wasser. Ja. Das ist ein Monang nicht der Anstrengung, aber die andere hat nicht mehr. Beide. Du riss dich dann den Bauch so rein und riss dich dann weiter. Jawohl. Okay, und jetzt wird der Rest an Wasser rausgelenkt. Okay. Ja. Ja. Ja.